Du siehst ja mal da, wie ich sie rechts abbiegen kann. Da geht es vielleicht rechts. Ja, ja, aber in die Mitte ins Schlamassel. Ja, da können wir ja wahrscheinlich hin. Da können wir ja wahrscheinlich hin. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hätte es ja genauso stehen bleiben, du Koffer. Hm? Ja, ja, ja. Wir bieten Sie links ab. Na gut. Da müssen wir irgendwie raus. Ja. Denkst du auch, oder? Ich denke mal, das ist heute Sinn. Wer macht das sonst mit dir? Oder überhaupt mit irgendwelchen Reisen. Mitten in dem Trubel. Doch, das ist Leben. Das ist Marokko. Das ist die Realität. Alles andere ist Schmufen. Und? Das Slalom zwischen den Personen. Das wird jetzt als olympische Disziplin ausgerufen bei den Sommerspielen. Nein, es ist fantastisch. Also mit dem Wohnmobil wäre das vermutlich ein bisschen schwieriger. Ja, da hin. Da müssen wir aber dann auch nicht hin. Ja. Und wenn man dann sowas will, das heißt, man sich in einem Petit-Taxi... Ja. ... und sagt... Monsieur, s'il vous plaît... La Medina. Dann wird er sagen... Ich liebe es, wie sich das so ausgeht. Ohne einen Schürf und eine gute Huperei. Die könnten es auch bleiben lassen. Also wir sind gleich am Zielsofter. Naja. Wenn man das hier mal macht, das ist doch ... ... so ist der Fайт. Nach... Ein Hut dreht. Mieter. Biegen Sie rechts ab. Hallo. Munds. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017